Oh, ich sehe eins! Mama! No where? Hey, wo sind Red und Silver? Okay, Würmer oder Vogelfutter? Was? Kleiner Scherz, natürlich Toast! Toast? Weißt du, als ich gesagt habe, das wäre mein Lieblingsessen, da war das ironisch gemeint. Nur so, zur Info. Was? Du? Ironisch? Oha! Niemals! Du nimmst mich auf den Arm. Vielleicht bringst du es mir ja mal bei. Liebend gern, wenn du nicht gerade dabei bist, die Welt zu retten. Ah, weißt du, das habe ich gerade eben erledigt, also hätte ich Zeit. Trifft sich doch gut, denn ich habe auch gerade Zeit. Also, ich habe in der nächsten Zeit auch nichts vor. Moment mal, was höre ich denn da? Der Kitzelzug wird einen nur leider mit einem dritten Rad am Tag. Nein! Was? 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 Oh, die sind so süß! Ich dachte eigentlich, die wären schon geschlüpft. Sie schlüpfen! Oh! Ja! Wow, wow! Die kommen raus! Oh, ich sehe eins! Oh! 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 Kann ich dir helfen? Mama? Tut mir leid! Mama? Hi. Oh! Meine Babyschwestern! Oh ja! Tschüss. Oh, meine Babyschwestern, wir lieben euch so doll. Wir müssen gut auf sie aufpassen und dürfen sie nie aus den Augen lassen. Ja, wir lassen sie nie aus den Augen. Tschüss.